Bundesverfassungsgericht stoppt Klimapläne der Regierung oder der Ampel. So oder so ähnlich hatte ich hier vor ein paar Tagen ein Video gemacht und darüber berichtet, dass es ein Verfassungsgerichtsurteil gab, dass die 60 Milliarden aus dem Corona-Sondervermögen nicht in den Klimatransformationsfonds überführt werden dürfen. Gut, und nun gab es dazu dann natürlich ein paar Fragen. Ich habe in dem Video selber sogar noch eine Frage aufgeworfen, die wir heute bearbeiten wollen. Es gibt natürlich die Fragen, was passiert denn jetzt mit den schon zugesagten Hilfen, also zum Beispiel dem KfW 442 und dergleichen und so fort. Dazu werde ich noch ein gesondertes Video machen. Ich habe da dem BMW K ein paar Fragen gestellt über meine internen Wege und es sind auch schon ein paar Antworten gekommen, ein paar offizielle Statements, die ich eventuell vorlesen kann und dergleichen und so fort, die schon gegeben wurden. Ein paar inoffizielle. Das ist alles ein bisschen noch nicht so ganz in trockenen Tüchern. Ich möchte das jetzt noch nicht zu hoch kochen heute, deswegen mache ich dafür ein Extra-Video. Ich habe aber in meinem Video auch so selber ein bisschen die Frage gestellt, ich weiß noch nicht so genau, was mit dem BEG-Förderung für die Wärmepumpen der nächstes Jahr ist und wie weit man da jetzt inzwischen mit den Beschlüssen ist. Und ich hatte da auch immer nachgesucht, es sollte angeblich am 15. jetzt was beschlossen worden sein, konnte ich aber irgendwie offiziell nirgends finden und hat mir dankenswerterweise der Ralf, Ralf, ich danke dir dafür, heute einen Link auf merkur.de geschickt, wo das schon ordentlich drinsteht und den wollen wir uns gleich mal eben angucken. Und damit Moin, hallo Leute, hier ist euer Thorsten aus Weißnichts Welt. Bevor ich mit dem Video beginne, möchte ich mich immer bedanken und zwar beim Jan, beim Jesko und beim Michael, die haben mir über den Link zu PayPal Geschenke gesendet. Ich danke euch für die Unterstützung meines Kanals. Der Link ist ja immer in der Videobeschreibung, wisst ihr ja. Gut, und nun gehen wir dann mal eben rein in den Artikel. Und zwar, Titel ist schon mal sehr vielsagend. Ampel einigt sich auf Mega-Förderung für Heizungstausch mit neuem Konjunktur-Bonus. Und ja, das ist ja schon mal ein doller Titel. Ja, was sind so zwei Kerndinge, die da passieren? Also aus der Vorlage geht davor, dass Sanierung von Wohngebäuden und auch der Heizungstausch noch stärker gefördert werden sollen, als vorher geplant. Und der Geschwindigkeit, also der Geschwindigkeitsbonus soll höher ausfallen und es soll einen weiteren Konjunktur-Booster geben. Beides dient der Belebung der Baukonjunktur, wie es in der Vorlage heißt. Wie gesagt, die Vorlage selbst liegt mir nicht vor. Den Artikel verlinke ich euch natürlich unterm Video. Ja, und da sagen sie was Wahres. Der Plan der Ampel hat lange auf sich warten lassen. Im September wurde das Gebäudeenergiegesetz beschlossen. Ich meine, wir diskutieren ja schon gefühlt das ganze Jahr über das Gebäudeenergiegesetz, Heizungsgesetz, Heizhammer und ach, was weiß ich, was sie alles gesagt haben. Übrigens auch immer lustig, es war immer Habecks Heizhammer, obwohl unsere Bauministerin da eigentlich auch mit beteiligt war. Aber die hat man immer irgendwie vergessen, die arme Frau. Ich möchte sie mal hier nochmal erwähnt haben. Also auch die Frau Geiwitz hatte natürlich was mit diesem berühmten Heizungsgesetz zu tun. Gut, wir wollen aber heute gar nicht über das Heizungsgesetz reden. Wir wollen über die Förderung reden. Und wie gesagt, seitdem warten Eigentümer wie auch die betroffenen Branchen auf mehr Informationen. Das ist genau das Problem. Wir haben schon wieder November. Das Gesetz soll, oder die Förderung soll, das Gesetz tritt am 01.01.2024 in Kraft. Also alle Änderungen. Und es ist also immer noch nicht die Förderung klar. Ich meine, das ist eigentlich, das muss ich in der Politik wirklich sagen, das geht mir auch schon seit Jahren auf den Sack, dass alle Sachen immer so kurz vor Toreschluss erst fertig behandelt werden. Dadurch kommt es auch immer wieder zu kleinen Ungerechtigkeiten. Ungerechtigkeiten haben wir beim EEG gesehen. Leute, die da irgendwie ein paar Tage zu früh ans Netz gegangen sind, kriegen irgendwie nur, naja, zwei Drittel der Vergütung, wie welche, die irgendwie eine Woche länger gewartet haben. Und keiner wusste, wann jetzt der Termin ist, zu dem man dann ans Netz gehen durfte. Und genau ist das jetzt wieder so. Also es ist ein bisschen, war nicht spät im November 23, die Förderung oder Ende November 23 ist es schon fast wieder, die Förderung für ein Gesetz bekannt zu geben, die ab 24 laufen sollen. Wie gesagt, es wird ja nicht nur die Heizung gefördert, sondern es werden ja auch Sanierungsgebäude an Wohngebäuden gefördert. Und dafür gibt es eine Tabelle, die ich euch jetzt mal reinholen möchte. Leider kriegt man die Tabelle nicht so richtig perfekt ins Video geholt, weil die ist ein bisschen blöd angelegt. Man muss da drin rumscrollen, aber gut, ist okay. Also es gibt eine Grundförderung. Gebäudehülle 15%, Anlagentechnik 15%, Solathermie 30%, wobei ich da echt sagen muss, eine Solathermie-Förderung in 2023, naja gut. Also ich persönlich kann nur dazu raten, keine Solathermie zu bauen, aber das muss jeder letztlich für sich entscheiden. Biomasseheizung 30%, Wärmepumpen 30%, Wasserstoffheizung 30%, innovative Heiztechnik, was immer das dann sein mag, 30%, Änderung am Gebäudenetz 30%, Heizungsoptimierung 15% und Optimierung zur Emissionsminderung 50%. Ja gut, was immer das alles dann sein mag. Das gibt es dann ja nachher auf der Seite der KfW, ist es glaube ich jetzt, ich glaube, es geht nicht mehr über die BAFA, ich glaube, es geht über die KfW, ich bin nicht ganz sicher, ich meine aber, dass das jetzt von der BAFA zur KfW gewandert ist. Und da kann man dann ja nachlesen, was im Prinzip in diesen einzelnen Tabellen drinsteht, welche Maßnahmen konkret gefördert werden oder auch, welche Hersteller da konkret die Förderung förderungsfähig sind. Und so ist ja bei den Wärmepumpen nicht ganz unwichtig, dass man dann auch eine einbaut, die wirklich förderungsfähig ist, wenn man denn die Förderung haben will. Ich persönlich sage ja immer letztlich, manchmal geht es auch ohne Förderung. Aber gut, wir wollen uns jetzt hauptsächlich die Wärmepumpen angucken, das können wir so nebenbei gucken. Ich zeige euch auch gleich eben noch, was da noch an zusätzlichen Förderungen gekommen ist. Und zwar bei der Wärmepumpe gibt es dann den Geschwindigkeitsbonus mit maximal 25 Prozent, den Einkommensbonus mit 30 Prozent und das ist dann im Prinzip, ergibt das ja 30 und 25, 55 gibt das 85 Prozent. Maximalförderung ist aber weiterhin 70 Prozent. Das muss man eben dazu sagen, bevor jetzt welche rechnen. Ach, 85 Prozent, da zahle ich ja gar nichts mehr. Nein, die maximale Förderung ist immer noch bei 70 Prozent. Das heißt, wenn einer jetzt, sagen wir mal, eher zu den Besserverdienenden gehört, wobei, Besserverdienende ist das mit dem Einkommensbonus eigentlich auch nicht, weil irgendwie bei 40.000, ich glaube sogar brutto im Jahr, da ist man noch nicht unbedingt Besserverdienender, wenn man da drüber wegkommt. Aber wie gesagt, wer da drunter ist, für den ist natürlich, naja, der hat jetzt eine ganz, der hat ein bisschen ein größeres Fenster mal zu bauen, weil wie gesagt, der kriegt die 30 Prozent. Der Geschwindigkeitsbonus wird auch noch weniger, das zeige ich euch gleich aber auch noch. Gut, und man kriegt also wie gesagt maximal 70 Prozent. Man kann also theoretisch etwas länger warten, dann ist der Geschwindigkeitsbonus etwas kleiner, wenn man dann entsprechend geringer verdient, sozusagen bis der auf 10 Prozent ist, kann man dann warten, weil man dann immer noch die 70 Prozent kriegt. Wer ein bisschen mehr Geld verdient, sollte natürlich jetzt möglichst schnell handeln, um den maximalen Geschwindigkeitsbonus zu kriegen. Wie gesagt, die Degression des Geschwindigkeitsbonus, das erkläre ich euch gleich. Was dazu gekommen ist, ist hier bei Gebäudehülle und Anlagentechnik, da gibt es noch einen sogenannten Konjunkturbooster von je 10 Prozent. Das heißt, wenn ihr das entsprechend schnell macht, dann kriegt ihr hier 25 Prozent Förderung für die Gebäudehülle und für Anlagentechnik. Was immer in diesem Fall Anlagetechnik ist, also Gebäudehülle kann man sich leicht vorstellen. Alles so im Dämmung, draußen am Haus und Anlagentechnik. Kann ich nicht so genau sagen, ob das Lüftungsanlage ist oder sonst irgendwas. Wahrscheinlich, weiß ich nicht genau. Gut. Und dann kommen wir hier mal zur Degression des Geschwindigkeitsbonuses. Also, der höhere Geschwindigkeitsbonus und der Konjunkturbooster sind also im Prinzip die Neuheiten in dem Entwurf. Die 10 Prozent Konjunkturbooster eben konkret für die schwächelnde Baubranche und an die Heizungsindustrie. Wer seine Heizung noch bis zum 31. Dezember 2024 austauscht. Das heißt, wer bis zum 31. Dezember 2024 sozusagen dann die Wärmepumpe einbaut, bekommt den maximalen Fördersatz von 25 Prozent. Ja, nicht nur für die Wärmepumpe, eben für alle diese Sachen. Solarthermie, Biomasse, Wärmepumpe, Wasserstoffheizung, innovative Heizung oder Änderungen am Gebäudenetz sind da ja genannt. Wie gesagt, der bekommt dann die 25 Prozent. Das heißt, wer jetzt im nächsten Jahr direkt handelt, bekommt mehr Förderung. Wie gesagt, wenn man ein bisschen finanziell besser gestellt hat, also über diesen 40.000 liegt, dann ist es logischerweise vielleicht sinnvoll, wenn man eine alte Heizung hat. Also es stand mal, ich weiß nicht, ob es dann jetzt wieder so ist. Das ist jetzt nicht gesagt. Der Geschwindigkeitsbonus, den gab es nur, wenn die Heizung schon über 20 Jahre alt war. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so ist. Da müssen wir mal abwarten, irgendwie bis die offiziellen Sachen kommen. Aber da müsst ihr ein bisschen dran denken. Also wenn ihr da unter 20 Jahre alte Heizungen habt, das kann sein, dass ihr den dann gar nicht kriegt. Und dann macht das vielleicht wieder ein anderes Handeln Sinn. Es ist ja alles immer kompliziert. Man muss sehr genau gucken. Aber ich versuche es für euch rauszuarbeiten. Deswegen bemerke ich das noch einmal. Also bei einer Heizung unter 20 Jahre muss man noch mal genau gucken. Der Fördersatz wird danach aber reduziert. Das heißt, vom 1.1.25 bis 31. Dezember 26 gibt es nur noch 20%. Also das, was erst geplant war. Vom 1. Januar 27 bis 31. Dezember 28, 15%. Vom 29 bis 2030 12%. Und von 2031 bis 31. 9%. 33 bis 31. bis 34. 6%. Und vom 1. Januar 2035 bis 31. Dezember 2036 gibt es immer noch 3% Geschwindigkeitsbonus. Wobei ich wirklich sagen muss, dass 2035 mit Geschwindigkeit beim Heizungsumstellen, also in 12 Jahren, für mich nicht so arg viel zu tun hat. Aber gut, das ist natürlich für die etwas sinnvoll, die jetzt eine Heizung haben, die noch nicht ganz 20 Jahre ist. So kann man da eventuell noch mal warten. Man muss eben echt ein bisschen gucken, was sich mehr rechnet und wie sich was mehr lohnt. Wenn man es aus rein wirtschaftlicher Betrachtung sieht, für die Umwelt lohnt es sich natürlich schneller zu wechseln. Das ist ja ganz klar. Gut, was hier noch gesagt ist, und das muss, da wollte ich auch noch, ist natürlich der Förderdeckel, ist weiterhin bei 30.000 Euro. Das ist ja, wie von mir schon mal angesprochene Gierbremse. Da habe ich ja schon mal ein Video dazu gemacht. Dass also der Heizungsbauer nicht irgendwie beim Heizungstausch hier 50.000, 60.000 Euro für die Wärmepumpe oder sowas verlangen kann. Das ist klar. Das Netz und dergleichen ist doch wieder was anderes. Aber Eigentümer können also maximal 21.000 Euro vom Staat erhalten, wenn sie den maximalen Fördersatz von 70% erhalten. Das habe ich ja eben auch schon gesagt. Dass es weiterhin bei 70% bleibt. Also die Maximalförderung für den eigentlichen Heizungstausch, das gilt nicht für das Heizungsnetz. Das ist der Heizungstausch. Der liegt bei 21.000 Euro. Gut. Konjunkturbusster für die Baubranche durch Sanierung 30% extra. Da weiß ich jetzt noch nicht so genau, wieso 30% in der Tabelle stehen nur 10. Ich lese es einfach mal so vor. Der gilt für Sanierungsmaßnahmen, nicht aber für den Heizungstausch. Wer also beispielsweise im kommenden Jahr sein Haus neu dämmt, kann zusätzlich 30% vom Staat gefördert bekommen. Aber das Budget für diesen Booster ist knapp. Laut Entwurf liegen dafür 3 Milliarden Euro zur Verfügung. 2 Milliarden für selbstnutzende Eigentümer. Sobald der Fördertopf ausgeschöpft ist, entfällt dieser Bonus. Also nur solange der Vorrat reicht. Hier sind wir also wieder bei dem sogenannten Windturm-Prinzip. Wer das zuerst beantragt, wird es wahrscheinlich zuerst bekommen. Oder wird es überhaupt nur bekommen. Gut, und dann wollen wir das auch noch ruhig ein bisschen vorlesen. Die Wärmepumpenbranche reagiert erleichtert auf die Vorlage. Endlich gibt es einen konkreten Entwurf für die neue Förderung. Vorausgesetzt, dass dieser jetzt schnell beschlossen wird, schafft man damit endlich Klarheit und Planungssicherheit. Das ist viel wichtiger als 5 Prozentpunkte mehr oder weniger, sagte Bastian Girol vom Heizungsinstallateur Octopus Energy auf Anfrage. Und genau das muss ich auch so ein bisschen unterschreiben. Und jetzt können wir hier mal rausgehen. Das große Problem ist wirklich, was ich vorhin schon mal meinte, das ist natürlich jetzt, wie gesagt, am 17.11. und am 15.11. beschlossen. Also anderthalb Monate gerade vor Ende des Jahres. So ein Plan für eine Heizungserneuerung, der zieht sich gerne mal ein bisschen länger hin. Wir müssen ja dann auch sowieso warten. Man kann sich also jetzt Angebote machen lassen für die neue Heizung in 2024. Aber man kann ja noch nichts beauftragen. Man muss ja die Förderung erstmal beantragen. Das geht dann ja erst ab Januar 2024. Und wie gesagt, das ist noch nicht mal ganz fest beschlossen. Das ist jetzt einfach der, so ist die Vorlage. Man kann davon ausgehen, dass die so beschlossen wird. Man kann sich also schon ein bisschen geistig darauf einstellen und kann danach handeln und danach rechnen und mal versuchen herauszufinden, wie viel Förderung man denn vielleicht bekommen würde oder bekommen wird und danach überlegen, ob man das dann jetzt schon macht oder ob man noch ein bisschen warten kann. Kommt ja auch immer auf den Zustand der aktuellen Heizung an. Einige, ich habe einen Bekannten, der ist wirklich tatsächlich ein Geringverdiener in der Hinsicht. Der kommt also ganz deutlich unter diese 40.000er Grenze wahrscheinlich. Und den seiner Heizung, der hat der Heizungsbau jetzt schon mehrfach zusammengeflickt, jetzt schon mit Ersatzzahlen aus einem gebrauchten Gasheizkessel, den er erworben hat, irgendwie auf Ebay-Kleinern, damit das Ding noch irgendwie weiterläuft, weil er halt erwartet, dass er dann nächstes Jahr für seine Wärmepumpe deutlich mehr Förderung kriegt, wird er auch wohl bekommen. Also der kann dann jetzt schon ein bisschen aufatmen und schon mal so grob rechnen, wie es denn sein wird und hoffentlich dann auch schnell in 2024 die Zusage erhalten für die Förderung und dann auch seine Wärmepumpe bauen. Aber das ist eben das Problem. Man kann überhaupt nicht vorab jetzt irgendwie handeln. Es ist ja irgendwie auch komisch. Man will ja dann die Förderung haben. Und was ist denn im Januar 2024? Was bauen denn die Heizungsbauer dann ein? Noch Anlagen nach der alten Förderung oder wie ist das? Und wer lässt sich denn noch nach der alten Förderung, also gut, die etwas mehr Geld haben, die kommen da vielleicht sogar manchmal besser aber weg, aber wer lässt sich denn nach der alten Förderung die Heizung jetzt noch einbauen? Das ist alles ein bisschen blöd. Normalerweise müsste jetzt schon die neue Förderung zu beantragen sein für Baustellen ab 2024. So ist meine Meinung. Ich weiß nicht, könnt ihr ja mal drunter schreiben, was ihr dazu meint. Aber ich persönlich bin der Meinung, dass das alles viel zu langatmig ist, viel zu lahmarschig ist. Gut, natürlich auch ein bisschen gebremst durch diese, Es war ja auch, glaube ich, eine CDU-Geschichte, dass sie da kurz vor der Sommerpause nichts mehr beschließen durften mit dem GEG. Aber dieser ganze Förderungsbeschluss, wie gesagt, im September wurde das GEG beschlossen. Das hätte man dann auch schon weiter vorbereitet haben können. Ich bin der Meinung, es ist eigentlich viel zu spät. Ich bin der Meinung, man müsste auch schon Anträge vorab stellen können. Also die Förderung ab 2024, die für eine Anlage, die in 2024 gebaut wird, ja dann auch gilt, die sollte man doch eigentlich auch schon vorher stellen können. Weil eigentlich führt das doch zu einem Loch in den Büchern der Heizungsbau. Also ist nur so meine Meinung. Aber ist ja oft bei anderen Förderungen auch schon so gewesen. Oder bei Änderungen der Gesetze ab 1.1., dass dann irgendwie so komische Löcher entstehen bei den Handwerkern. Das ist ja völlig abstrus, dass ein Handwerker dann vielleicht im Januar oder Februar gar keine Wärmepumpe einbauen kann und dann im März nicht weiß, wie er die alle einbauen soll. Ist schon ein bisschen komisch. Nun gut, in diesem Sinne soll es das für heute gewesen sein. Wie gesagt, denkt dran, wenn euch solche Videos interessieren, ihr immer über Förderung und dergleichen informiert sein wollt, abonniert den Kanal und betätigt die Glocke. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen hoch, damit ich weiß, dass ich auch solche Videos in Zukunft weitermache. Wie gesagt, kommentiert mal, wie ihr das alles seht. Ich persönlich, wie gesagt, bin ein bisschen der Meinung, das könnte schneller gehen, sowas und das könnte zeitlich ein bisschen mehr Luft haben für den Bürger. Weil, wie gesagt, das ist ja immer das Thema, so eine Heizungsentscheidung ist 20, 25 Jahre erst mal mindestens und mit ein bisschen mehr Vorlauf wäre da vielleicht mehr zu machen gewesen. Und sogar Leute, die sich jetzt vielleicht sogar noch eine Gasheizung aktuell einbauen lassen, hätten, wenn das schon bekannt gewesen wäre, wie gut diese Förderung ist, vielleicht ja auch eine Wärmepumpe genommen. Kann ja auch sein. Das ist ja auch so. Man hat sich da ja vielleicht auch selbst ins Bein geschossen, dass man das nicht eher bekannt gemacht hat, wie hoch oder wie gut die Förderung wird, hätte er vielleicht auch schon zu Umdenken führen können. Wer weiß das? In diesem Sinne, ich weiß nicht. Ciao, ciao!